Ja, unser erstes Thema heute ist wieder Corona und ich will erst mal erläutern, warum sozusagen ich sehr wenig, ja, warum ich eigentlich Weißrussland und Tansania jetzt für wichtiger halte als Schweden. Schweden ist ein gemixtes Land und in der Wissenschaft ist es immer so, wenn ich sehr gemixte Konditionen habe, aber dann führt das immer zur Verfälschung der Daten oder führt immer dazu, dass man keinen klaren Blick kriegt. Wir haben ja zum Glück jetzt Weißrussland und Tansania und da werden die Sachen dann wahrscheinlich bei Corona viel deutlicher. Ja, denn Weißrussland und Tansania bemühen sich, so aktiv wie möglich das Coronavirus zu ignorieren, wie es nur so irgendwie geht bei dem Terror und bei der weltweiten Panikdemie, die die Außenwelt macht sozusagen. Und die versuchen eben ohne diese ganzen Effekte Medizinindustrie, Testindustrie, Pharmaindustrie, kapitalistische marktwirtschaftliche Interessenslagen und Verdienstmöglichkeiten und so weiter, also ohne die Verschmutzung durch unser Wirtschaftssystem sozusagen versuchen die eigentlich sozusagen ohne all diese Hysterien Hysterien sozusagen zuzulassen, was auch nur begrenzt geht, denn sie haben Ärzte im Lande und die Ärzte schüren natürlich dann wieder die Panik und so weiter. Also es ist nicht möglich, völlig wirklich ein wissenschaftliches Experiment zu machen, Weißrussland aus der Welt rauszunehmen oder Tansania aus der Welt rauszunehmen und dann zu schauen, was passiert. Also der Einfluss, auch in Weißrussland ist Marktwirtschaft vorhanden und damit auch alle schädlichen Einflüsse, auch in Tansania, wobei in Weißrussland, die hatten wenigstens mal eine Zeit lang kein marktwirtschaftliches System. Deswegen ist dann vielleicht auch der kritische Blick auf die marktwirtschaftlichen Aspekte etwas größer. Also gehen wir es mal rein. Warum ist Schweden uns zu verschmutzt und wieso ist Markt so gefährlich? Ja, also ganz kurz, das habe ich schon tausendmal erklärt, mache ich aber gerne zum tausendsten Mal. Hier der erste Früharzt und Frühhändler der Evolution. Er lebte noch in der Welt der Wahrheit und sagte, ja, letztens hat eine Kommune die andere besucht und das war ein rauschendes Fest der Liebe. Und generell finde ich es toll, dass ihr alle so liebevoll schmust in Kommunen und dadurch die Männer alles den Frauen und Kindern schenken, weil sie sich halt in Liebe eingebettet sind in der Kommune. Und ja, und ich liefere euch natürlich grundsätzlich nur völlig naturbelassene, reif geerntete Früchte und Gemüse und so weiter, damit ihr weiterhin so starke Immunsysteme behaltet und euch über die kleinen Tierchen, für die wir keine Sensorik haben, die wir nicht sehen können, weil sie für uns unwichtig sind, damit ihr mit denen auch wirklich keine Probleme bekommt. Denn die Probleme bekommt man erst dann, wenn man sein Immunsystem geschwächt hat oder ein extrem schwaches Immunsystem hat aus irgendeinem Grund. Ja, und ich verkaufe euch natürlich nicht den modernen, denaturierten Ernährungskram, der immer mehr in Mode kommt, weil dann würdet ihr geschwächte Immunsysteme bekommen. So, dieser Früharzt redet sich aus dem Markt heraus. Denn ab dem Tag, ab dem wir Marktbedingungen haben, hat er keine Chance mehr. Denn dann kommt irgendwann, gemäß dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, muss irgendwann der erste Früharzt und Frühhändler kommen, der sich irrt. und der dann sagt, ach ja, eine Gruppe hat die andere nachts heimgesucht, also nicht besucht, sondern heimgesucht und das war ein Blutbad. Ja, das heißt, er erzeugt in seinen Zuhörern die Angst vor einem angeblich möglichen Überfall durch andere Kommunen, die einen dann totschlagen. Und natürlich kaufen dann diese Leute, die er so manipuliert mit seinem Irrtum, an den er selber glaubt, kaufen ihm seine Steinexte rasend schnell ab. Und er wird natürlich in Zukunft immer wieder die Geschichte von diesem Überfall erzählen. Warum soll er etwas ändern, wenn er so toll verkauft dabei? Und das ist Markt. Markt, also Kriegstreiberei beginnt durch Irrtumsgeschichten, wodurch man viele Waffen verkaufen kann. Und die Leute fangen jetzt zum ersten Mal seit langen Zeiten der Evolution wieder an, darüber nachzudenken, ob sie nicht Nachbarkommunen doch lieber totschlagen sollten. Und sonst schon ist der Kriegsvirus des Geistes in den Köpfen der Menschen. Und das kommt durch Markt. Also Markt erzeugt Kriege. Nichts anderes erzeugt Kriege außer Markt. Denn wir müssen uns klar sein, in der Evolution sozusagen die kleinen Gefechte, die wir bei den Schimpansen zum Beispiel haben, das ist eben, das ist genetisch bedingte Aggressivität. Das ist Aggressivität aus Primitivität heraus. Aber wenn ein hochentwickeltes Lebewesen mit großen Gehirnen und plötzlich wieder kriegerisch wird, also primitiv wird, dann muss da was Besonderes passiert sein. Und das Besondere heißt Markt und Marktwirtschaft. Und dann sagt dieser Früharzt und Frühhändler noch, ja und außerdem finde ich es absolut eklig, wie ihr alle miteinander schwust, dieses ständige Geschlabber, da wird man ja krank, werdet ihr ja krank von und so weiter, sehr ekelhaft, unmoralisch, unkeuch und so weiter. Oder eure Gruppenehe und dass alle sich so lieb haben und so widerlich und so weiter. Und jetzt fängt die sexuelle Unterdrückung an. Jetzt also wird Körperfeindlichkeit zur Norm sozusagen. Und dann ist natürlich klar, dann fühlen sich die Männer nicht mehr geliebt, hören auf zu schenken und machen ihr Ding und werden akkumulations- und machtsüchtig. Und dann beginnt eben die Spaltung zwischen Arm und Reich und die Schere zwischen Arm und Reich beginnt sich zu öffnen. Und dann haben wir, ja und dann außerdem sagt er dann auch noch, ja aber meine denaturierten Nahrungsmittel, die sind genauso gesund wie diese naturbelassenen Sachen, die könnt ihr genauso gut essen. Und jetzt beginnt es, dass eben durch diese Irrtümer, an die dieser Früharzt ja selber glaubt, werden die Leute chronisch krank, weil sie diese billige, falsche Ernährung wählen. Und dadurch werden sie chronisch krank und werden zu Dauerkunden. Er kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und eine Großfamilie der Medizinprofessoren und Händler begründen sozusagen. Und das ist also das, was mich als naturwissenschaftlichen Denker überzeugt, dass sobald irgendwo Markt im Spiel ist, ist alles voll von Menschen mit gewinnbringenden Irrtümern, die uns alle in die Irre leiten. Also alle Experten und Fachleute sind von oben bis unten angefüllt mit gewinnbringenden Irrtümern, die sich in der Evolution des Marktgeschehens bewährt haben. Während solche Leute hier, der hier muss nach der dritten Generation sein Urenkel, muss den Laden schließen, sozusagen, weil er ja kaum was verdient. Der hat ja keine Dauerpatienten, während der sich hier Dauerpatienten erzeugt, Dauerkundschaft erzeugt und dann auch durch seinen billigen Ernährungsschrott ja auch sozusagen Marktvorteile hat. Solange die Leute glauben, dass dieser billige Ernährungsschrott genauso gesund sei wie das andere, der wird der Marktführer und konkurriert den aus und treibt den in die Pleite, spätestens nach drei Generationen hier. Und das bedeutet eben, ja, dass eben letztendlich Markt zwangsläufig aus allen vermeintlichen Experten Irrtumsträger macht. Also deswegen glaube ich niemandem einem Wort, ein Wort im Rahmen von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Und deswegen glaube ich auch, dass in Schweden, wo so viel marktwirtschaftliche Elemente sind und so viel kapitalistische Elemente und dann auch so viel Irrtümer und so viel Ärzte, die wühlen und die Diagnosen machen und die zum Beispiel dann, ja, gehen wir mal durch. ja, erstens in Schweden. Allein, also noch einmal die Zahlen hier. Wir gehen mal auf Schweden kurz ein, bevor ich das dann weglösche. Ja, wir haben also jeden Tag sterben in Schweden im Winter zwischen 300 und 400 Menschen. In Deutschland sind es zwischen 2500 und wahrscheinlich 3000 im Winter. Also das heißt, durchschnittlich über den Jahresschnitt sterben pro Tag 2500, aber im Winter eher wohl 3000 und dann im Sommer eher nur 2000 oder so. Ja, also das muss man sich immer klar sein. Wir haben immer eine Wintersterblichkeit, Übersterblichkeit sozusagen. Und jetzt in Schweden sind es also dann wahrscheinlich so zwischen, schwankt es zwischen 300 und 400. Und im Winter, also wenn dann im Winter 400 Leute pro Tag sterben, ja, dann ist es alleine so, dass durch falsche Test positive Ergebnisse allein immer ein Teil dieser gestorbenen Menschen automatisch allein durch Test positive Ergebnisse immer wieder den Zahlen der angeblichen Corona-Toten, unter denen sich ja sowieso schon ganz viele falsch positive Testergebnisse befinden sozusagen. Und dann auch ganz viele, die Fehldiagnosen befinden, weil wir haben ja festgestellt, als bei uns obduziert wurde, sind die Leute praktisch, kam der Professor zu dem Schluss, dass die Mehrzahl der Leute, also praktisch fast alle, eigentlich an anderen Krankheiten gestorben wurden, aber dann in die Schublade Corona eingeordnet wurden, weil es eben eine prominente Diagnose ist. Also dieses Prominentes Diagnostizieren, wie ich es mal jetzt so nenne, führt dazu, dass natürlich bei uns und in Schweden ganz viele Leute dann als angeblich Corona-Gestorbene diagnostiziert wurden, obwohl das wahrscheinlich eine echte Obduktion gar nicht hergeben würde. Und dann muss man sagen, dann ist ja bekannt geworden, dass auch immer viele Ärzte dann oder Pfleger und so weiter ungläubig sind. Wieso hat er jetzt einen Test? Negatives Ergebnis, einen Corona-Test, negatives Ergebnis, der hat doch so Symptome, die so nach Corona klingen. Da muss ich den Test nochmal machen und dann nochmal machen und dann nochmal machen. Klar, wenn ich ein paar Mal teste, habe ich automatisch zwangsläufig irgendwann ein falsch positives Testergebnis und dann gibt sich ja der Pfleger und der Arzt normalerweise zufrieden. Und schon haben wir wieder einen in die Schublade Corona eingeordneten Fall, der aber möglicherweise gar nichts mit Corona zu tun hat. Also von daher ist es also so, diese Zahlen geben nichts mehr her. Denn in Schweden, da kommen jeden Tag so 20 Leute dazu, wenn von 400 oder 300 Leuten 20 Leute fälschlicherweise Test-Positiv-Falsches-Positives-Testergebnis haben und dann falsch rein diagnostiziert werden wegen des prominenten Diagnostizierens und so weiter, dann sagt mir das gar nichts mehr. Also mache ich diese Seite weg, weil das bringt nichts mehr. Weil wir sind jetzt in einem Bereich von so wenigen Fällen, dass da nichts mehr passiert. Und dann gucken wir uns, das können wir nämlich jetzt auch wegmachen. Also da war ja schon mal aufgefallen, hier das ist Euromomo. Da war ja aufgefallen, die hatten das Ganze völlig neu gemalt. Während vorher eigentlich alles ganz harmlos aussah, hat man dann alle Bilder schön neu gemalt. Und man hat ja dann auch erfahren, dass es eben eine Beziehung gibt, dass eben dieses Euromomo auch finanziert wird von Robert-Koch-Institut und so weiter. Also da sind überall Interessensverbünde, ja, und dann plötzlich wurden die Bilder dramatisch gemalt. Also hier zum Beispiel Belgien, sowas Dramatisches. Nur irgendwie hat man das alles auch nicht konsequent gemacht, dieses dramatische Malen, denn sozusagen immer noch verraten, eigentlich diese Bilder immer noch was. Man hätte die noch anders machen müssen, ja. Also erst mal stellt man hier fest, hier Österreich 17 und 18. Da ist wieder die normale Wintersterblichkeit in Österreich sogar 17 höher als 18, ja. Und dann stellt man fest, dass mit diesen knallharten Maßnahmen in Österreich es in den Österreichern gelungen ist, dieses Jahr also die Wintersterblichkeit runterzuknüppeln. Warum hat man nicht sich einen Zielschuss versucht und hat versucht, solch einen Berg hier zuzulassen und deswegen entsprechend die Maßnahmen zu reduzieren, zum Beispiel die Kinder in die Schule gehen zu lassen und so weiter und dann solch einen Berg zu machen. Denn was bringt es, wenn man diesen Berg verhindert? Da sind die Leute, die im Winter normalerweise dran sind, von den Wintererregern weggeräumt zu werden, weil sie ihr ganzes Leben sich so falsch ernährt haben und so schlechte Immunsysteme haben, weil die Marktwirtschaft ja uns alle mit krankmachenden Lebensmitteln, Ernährungen füttert und so weiter. Diese jetzt sozusagen künstlich zu retten, hätte doch nur dann Sinn, also hier eine Untersterblichkeit zu erzeugen, hätte nur dann einen Sinn, wenn diese Leute jetzt ab sofort alle gesund ernährt würden, gesund Sport machen würden und so weiter. Aber das haben wir jetzt ja noch nicht. Also werden diese Leute bald wegen irgendeinem anderen Windhauch sterben und es ist nichts gewonnen worden, außer dass man die österreichische Volkswirtschaft runtergeknüppelt hat und einen schwersten Schaden ihr zugefügt hat und Österreich im weltweiten Wettbewerb drastisch nach hinten jetzt fallen wird, runterfällt sozusagen. Und zum Beispiel China und andere Länder davonziehen werden. Das heißt also, Europas Sterbeprozess wird jetzt durch die Corona-Maßnahmen begünstigt. Und ganz kurz nur, natürlich könnten wir jetzt sofort die Leute alle gesünder ernähren, weil wir könnten sofort die Wohlfühlstimme und andere Reformen einführen, die dazu führen, dass dann eben nur wer den Leuten die Wahrheit sagt, nämlich ihr dürft das ganze denaturierte Zeug überhaupt nicht essen. Ihr müsst, ja, und wir machen jetzt Gesundheitskommunen rund um jeden Hausarzt und so weiter. Und wir zeigen euch jetzt alle, wie kostenlos, wie man gesund lebt und sich gesund ernährt und so weiter. Und die Konsumsucht bauen wir ab, indem die Ärzte den Leuten wieder sagen, Leute, ihr müsst wieder lernen. Wir lebten in einer marktwirtschaftlichen Epoche der Sexualitätsunterdrückung. Fangt doch mal wieder an, euch zu genießen. Fangt an, ich biete euch an, Massagekurse, wo ihr in Körperkontakt zueinander kommt. Fangt euch doch an, wieder mehr zu verlieben und wieder mehr Sex zu haben, weil dann braucht ihr diese ganzen Konsumdrogen nicht mehr und die ganze Konsumsucht und diese ganzen Ersatzbefriedigungen nicht mehr. Dann werdet ihr auch alle niedrigeren CO2-Abdruck haben und so weiter. Also wir könnten das alles sofort machen mit den NextScientistsForFuture.de, die den ganzen Plan dafür ja in der Schublade haben. Aber solange das nicht geschieht, solange wir das alles nicht machen, hat also Österreich sich jetzt volkswirtschaftlich im weltweiten Wettbewerb, wahrscheinlich wird Österreich jetzt ein paar Plätze in der Weltrangliste absteigen. Und wenn es nicht ein paar Plätze absteigt, dann steigt das etliche Zentimeter in der Weltrangliste ab. Und Belgien, Belgien hat jetzt einen knallharten Lockdown gemacht und trotzdem so viele Tote. Also da ist doch irgendwas verrückt. Ja, also wieso schaffen die einen das aus quasi eine absolute Untersterblichkeit zu erzeugen und die anderen haben eine riesige Übersterblichkeit, obwohl sie auch einen knallharten Lockdown machen. Also man merkt, diese ganzen Daten geben gar nichts her. Das ist irgendwie Chaos. Da malt offensichtlich vielleicht jemand rum, wie er lustig ist oder was ist hier los? Ja, also dann Dänemark zum Beispiel hier wieder. Da haben wir wieder die größere Übersterblichkeit 18, die normale Wintersterblichkeit. Und verglichen damit hat Dänemark mit knallharten Maßnahmen eine Untersterblichkeit erzeugt. Aber wozu? Am Ende bleibt nur, diese Leute sterben in Kürze sowieso, weil ja eben nicht die Ernährung umgestellt wird und nicht die Reformen der Next Scientist for Future gemacht werden und keine Wohlfühlstimme eingeführt wird, der Gesundheitsaufwand nicht gemessen wird und so weiter. Und dadurch bleibt am Ende davon übrig, nur volkswirtschaftlicher Abstieg im weltweiten Wettbewerb. Ja, und genauso hier und genauso hier in Finnland. Und ja, da rühmt man Finnland, dass die so wenig Tote haben verglichen mit Schweden. Aber der Preis kommt ja noch, nämlich der Abstieg in der Weltrangliste, ja, der wirtschaftlichen Stärke und damit auch der Verteidigungsstärke und so weiter. Also das heißt, Europa geht geschwächt aus der Sache raus. Und hier, Frankreich hat den knallharten Lockdown, hat die volkswirtschaftliche Schwächung und hat auch noch viele Tote. Also das ist angeblich, ja, das ist völlig verrückt alles, ja. Wobei übrigens trotz des harten Lockdowns, also es ist paradox, wieso haben die dann trotz des harten Lockdowns hier mehr Tote, während die mit dem harten Lockdown praktisch eine absolute Untersterblichkeit hier zuletzt haben. Ja, also, ja, und hier in Deutschland, hier haben wir die 17er, hier die 18er, den 18er, da hatten wir angeblich über 25.000 Grippetote hier in Deutschland. Ja, hier, hier, das sind angeblich diese 25.000 Grippetoten, ja. Und jetzt haben wir es geschafft, eine künstliche Untersterblichkeit zu erzeugen. Toll. Und die Quittung kriegen wir dafür, dass Deutschland auf dem Weltmarkt jetzt geschwächt dasteht und wir alle ärmer und alle auch militärisch Bedrohter, unsere Verteidigungsfähigkeit wird schwächer. Wir gehen da raus, wir steigen in der Weltrangliste ab. Ob wir Plätze absteigen, müsste man schauen. Aber wir steigen auf jeden Fall ab in der Weltrangliste. Und China zieht uns davon, ja, weil ich habe ja gestern berichtet, dass berichtet wird, dass China wohl als das am wenigsten geschwächt aus dem gesamten Geschehen hervorgehen wird, ja. Und damit sozusagen wieder ein Stück nach vorne davongezogen ist. Und so etwas ist nicht harmlos, ja. Die nordamerikanischen Indianer würden heute noch leben, wenn sie nicht technisch, technologisch und wirtschaftlich abgehängt gewesen wären, ja, aufgrund ihrer natürlichen Lebensweise, ja. Also solange es kapitalistische Staaten auf der Erde gibt, dürfen wir nicht einfach natürlich leben, sondern wir müssen wehrfähig bleiben. Wir müssen leider viel arbeiten, um technologisch auf der Höhe zu sein, damit uns niemand angreifen kann. Wir müssen mindestens den Raketen, den Defensiv-Mini-Raketen-Abwehrriegel haben, der alles abfangen kann. Ohne das ist alles Selbstmord, ja. Und wer sagt uns denn, dass nicht irgendwann in den Geschichtsbüchern steht, dass China Europa abgeschlachtet hat und ermordet hat und dann besetzt hat mit Chinesen, ja. Wer sagt uns, dass das nur in den Geschichtsbüchern steht, dass die nordamerikanischen Indianer abgeschlachtet wurden und ihr Kontinent besetzt wurde von den Europäern. Warum soll das nicht anders weitergehen, die Geschichte, ja. Also, dann haben wir hier Griechenland, ja, auch wieder eine Untersterblichkeit erzeugt, denn hier 17 haben wir ja eine normale Wintersterblichkeit, ja, eine kräftige. Ja, warum, auch die Griechen haben nochmal jetzt einen Schlag für ihre Wirtschaft, also steigen nochmal ab. Also, alle europäischen Staaten werden im Vergleich zum Weltmarkt absteigen, ja. Und Ungarn genauso, obwohl ja er auch dazu neigt, Orbán auch dazu neigt, das Virus zu ignorieren, aber die haben sowieso sehr niedrige Sterbezahlen hier gemalt gekriegt. Also, ja. So. Irland. Ja, Italien übrigens, da hat man doch so eine riesen Bohai gemacht, dass halb Italien sterben würde, ja, gerade und so weiter. Und trotzdem ist das eigentlich jetzt komischerweise gar nicht viel höher als 2017, die normale Wintersterblichkeit. Also, auch da, was man uns da erzählt hat, also, das kann doch alles irgendwie nicht stimmen, ja. Denn die, natürlich haben die Italiener dann einen knallharten Lockdown irgendwie gemacht, aber bei dem ganzen Theater, das gemacht würde, hätten wir da nicht so einen Berg haben müssen bei Italien, ja. In Italien, wo doch angeblich die Welt untergegangen ist. Also, ich kann daraus nur, indem das irgendwo alles nicht stimmt, weil eben die Welt der Marktwirtschaft, die Welt der gewinnbringenden Irrtümer ist und da alles Mögliche verzerrt wird, ne. Luxemburg gibt irgendwie gar nichts her, habe ich den Eindruck. Malta, ja, auch wieder hier. Niederlande auch wieder Lockdown und hier wieder ein Höherberg, aber auch nicht so dramatisch höher als hier. Norwegen, auch wieder Untersterblichkeit, ja, also, auch wieder dieser wirtschaftliche Abstieg, der als Preis dafür gezahlt wird. Und natürlich haben die auch, die Schweden werden auch einen wirtschaftlichen Abstieg haben, weil wir außenrum ja Schweden, die schwedische Wirtschaft auch mit beschädigt haben. Wir haben ja die schwedische Wirtschaft mit beschädigt. Also, hier haben wir zum Beispiel 2017 in Portugal sehr hohe Zahlen und dann hier relativ dazu auch eine Untersterblichkeit. Während wir in Spanien direkt nebendran plötzlich hier so riesige Berge haben, obwohl die doch dann auch einen knallharten Lockdown gemacht haben. Also, es ist, irgendwas stimmt da nicht. Da müssen so viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Wieso in Portugal hier keine Riesenspitze und ein paar Kilometer nebenan in Spanien eine Riesenspitze? Also, alles irgendwie Blödsinn, ja. Ja, und in Schweden, ja, also, wie gesagt, die Bilder wurden verändert. Also, hier, das sieht schon deutlich höher aus. Also, man kann schon sagen, der Hinweis ist schon dahin, dass Corona eine kräftige Grippe ist. Aber könnten nicht auch diese ganzen, dieser angebliche Berg hier, könnte das nicht eben auch gekommen sein, weil eben doch in Schweden sehr viel gewühlt wurde, so nach dem Motto, so sehr viel kapitalistische Medizin, industrielle Aspekte dazu geführt haben, dass dann doch Leute eben, viele Leute auch gestorben sind, eben wegen der doch teilweise überspringenden Panikdemie nach Schweden und so weiter. Also, deswegen, das Ganze ist sehr verwirrend und statistisch nicht eindeutig und alles ist uneindeutig. Hier haben wir die Schweiz, wobei in der Schweiz jetzt wiederum, die scheinen sogar fast einen Zielschuss gemacht zu haben. Aber die Frage ist, ob sie, also, denn der Berg hier ist ja nicht viel größer als 17, ja, aber die Frage ist, ob dort sie nicht auch, wenn sie die Maßnahmen nicht gemacht hätten, ob sie dann nicht wirtschaftlich besser dastünden und trotzdem eigentlich keinen besonderen Berg bekommen hätten oder so. Ja, das ist ganz schwer alles zu sagen. England plötzlich wieder so ein Riesenberg und Irland wieder plötzlich nur ein winziger Berg, der fast nicht zu unterscheiden ist von 18, ja. Also, man merkt, also, da müssen doch so viele andere Faktoren sein. Was ist jetzt quasi in Nordirland so total anders als in England? Und das kann nicht das Coronavirus selber sein, ja, sondern das muss, ja, das kann das Gesundheitssystem sein und so weiter. Das ist auch übrigens zu dem Hinweis, vielleicht liegt das auch bei England, könnte es ja auch daran liegen, dass die dieses nicht kapitalistische Gesundheitswesen haben, das aber eben zu einem Gammelgesundheitswesen führt, nämlich weil, wenn ich als Arzt mein Geld bekomme, unabhängig davon, ob ich den Leuten gut helfe. Also, ich muss es nochmal deutlich machen hier, die Next Scientists for Future sagen ja nicht, dass wir jetzt hingehen sollen und die Ärzte einfach unabhängig von allem bezahlen sollten, wie die Engländer das tun sollten, denn das führt zu einem Gammelsystem, ja, dass man also eigentlich nur Dienst nach Vorschrift macht und dann oft zu wenig tut, ja, weil man ja, warum soll man viel tun? Man kriegt ja sein Gehalt auch so, ja, und hier bei der Wohlfühlstimme bekommt der Arzt seine Verdienstzuschläge, nur wenn er wirklich eine Top-Leistung in der Präventivmedizin und in der Krankheitsverhinderung bringt sozusagen und dann kriegt er auch einen guten Verdienst und in England haben wir halt dieses Gammelsystem und Gammelsysteme sind eben, könnte ja sein, dass es am Gammelsystem England liegt, dass die so extrem hohe Zahlen haben, angeblich haben und so weiter. Also, deswegen, es ist nicht interpretierbar, deswegen mache ich diese Seite auch zu, dass es einfach nur Chaos, das uninterpretierbar ist und wissenschaftlich nichts hergibt sozusagen, ja. Und von daher, gehen wir mal weiter hier. Dann wurden hier in Deutschland Krankenpflegekräfte gezeigt, ja, das ist doch klar, wenn jemand, die dann also, was sind Krankenpflegekräfte? Das sind Menschen, die voll von den gewinnbringenden Irrtümern der Medizinindustrie und der Medizinprofessoren sind sozusagen und natürlich alles wahrnehmen, so, da sie ja sozusagen gefüttert sind mit der Grundeinstellung, Viren und Bakterien sind absolute Killer und das ist unheimlich gefährlich, ja. Sehen sie ja die Welt und alles, was sie erleben, erleben sie so, ach ja, dieser Virus so gefährlich und so stark und so, ja, und, 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 was soll ich, die werden jetzt als, in der Fernsehsendung als Experten genommen, dabei sind die so voll von gewinnbringenden Irrtümern, dass alles, was sie wahrnehmen, ja natürlich in die Brille, in die Brille passt sozusagen, ja, generell sind Viren große Killer, also deswegen völlig wertlos, aber genau so wird in Deutschland berichtet, weil wir eben immer noch nicht begriffen haben, dass Marktwirtschaft aus vermeintlichen Experten sozusagen Irreführer macht, ja, sozusagen. Dann ist etwas passiert, das ist doch immerhin mal was in die richtige Richtung. Erstmals haben die Journalisten in Schweden eine einzige Zeugin jetzt mal vorgestellt, die nach irgendwelchen Kirchenbesuchen sozusagen berichtet, dass ihr Vater gestorben sei, allerdings wird dann auch wieder sowas erzählt, ja, also auch das ist wieder total durchwachsen, von wegen Schweden gibt nichts mehr, gibt nichts her, weil es einfach so durchseucht ist von den kapitalistisch-medizinischen Elementen, ja, denn diese Zeugin sagt, der Arzt hätte ihr sozusagen ein Antibiotikum mit nach Hause gegeben, ja, ein Antibiotikum, das die ganze Darmflora ruiniert und so weiter und dieser Vater sei gestorben, ja. Ja, aber auch wieder nicht ohne, dass der Arzt noch quasi ein sehr gefährliches Medikament, das den Gesamtkörperzustand geschwächt haben dürfte und zwar massivst, dazu gegeben hat. Wir wissen nichts darüber, welche Vorerkrankungen und Vorschwächungen des Immunsystems der Vater hatte, kriegt dann also ein völlig ungeeignetes Medikament, ein Antibiotikum vom Arzt mit und stirbt dann, ja, aber woran ist er jetzt gestorben? Ist er an dem Antibiotikum gestorben? Ist er an, ja, also wissenschaftlich ist das nicht beantwortbar. Es ist nur für Menschen beantwortbar, die sind, die so naiv sind wie Kinder und die sagen, ja, der Onkel Doktor, der gilt als gut. Also ist alles, was er tut, gut. Ja, und dabei haben wir hier gehabt, Dr. Klaus Köhnlein hat eine ganze Sendung darüber, gab es mit Dr. Klaus Köhnlein, wo er gesagt hat, ja, wir sind alle so gewöhnt, wenn irgendwelche Arzte sagen, da sei jemand an Krebs gestorben, da wissen wir doch in Wirklichkeit gar nicht, ob er nicht an der Chemotherapie gestorben ist und gar nicht an dem Krebs, ja, denn er musste ja dann erleben, Dr. Köhnlein hat ja auch erlebt, wir haben gedacht, die Leute seien an HIV, also AIDS gestorben und hinterher mussten wir einräumen, nein, die sind an unserem Medikament gestorben, ja, weil das Medikament, ich glaube, das war dieses berüchtigte AZT Retrovir oder so, das mussten wir hinterher feststellen, dass die an unserem Medikament gestorben sind, also Ärzte glauben doch normalerweise immer, dass der Patient an dem Erreger gestorben ist und nicht an ihrer Behandlung, aber es kann doch genauso gut völlig umgedreht sein, im Kapitalismus, ich habe es ja gerade die Beweisführung gezeigt, im Kapitalismus ist es doch höchst wahrscheinlich, dass sozusagen die Menschen an dem Gesundheitssystem gestorben sind und durch das Gesundheitssystem, ja, also von daher, wissenschaftlich gibt das alles gar nichts her, ne, ne, bei Schweden kommt ja auch die Behauptung, wir hätten, man hätte bei den Senioren versagt und so weiter, ja, also katastrophale hygienische Verhältnisse in den Altenheimen, Nullschutz sozusagen, ja, aber wie gesagt, aber immerhin, in Schweden ist eine erste Zeugin aufgetaucht, die quasi so sagte hier, ja, in diesem Kirchenbesuch sind offensichtlich viele Leute infiziert worden, ja, und man muss ja auch nicht, das ist ja auch eben der Punkt, das ist ja was, was wir nochmal ganz deutlich sagen müssen, also Corona, jede schwere Grippe und Corona scheint in die Kategorie einer schweren Grippe einzuordnen zu sein, heißt nur anders, ja, hat er, ist aber sehr ähnlich offensichtlich, und diese, eine schwere Grippe, in einer schweren Grippesaison in eine Kirche zu gehen und sich gegenseitig die Viren gegenseitig in den Mund hinein zu singen, das ist wohl auch wirklich keine clevere Idee, ne, und das hat aber auch Schweden nie empfohlen, dass man sowas machen soll, ja, und dass dann diese Zeugin sagt, ja, okay, da sind dann also mehrere alte Leute, hier liegen jetzt hier auf dem Friedhof, die also dann also mit meinem Vater gestorben sind, ja, wobei man wirklich sagen kann, generell in jeder Wintersaison ist es leicht, sich gegenseitig die Viren, die Influenza-Viren gegenseitig in den Hals hinein zu singen, ja, das ist generell leichtsinnig, aber das weiß doch eigentlich jeder Mensch, ne, aber immerhin schon mal das Zeugin, und jetzt brauche ich solche Zeugen, um irgendwie zu glauben, dass irgendwie bei dem Coronavirus irgendetwas stärker ist als eine kräftige Grippe. Dafür brauche ich jetzt solche Zeugen aus Weißrussland, und dann brauche ich nicht eine Zeugin, und dann nicht beim Kirchenbesuch, was eh Wahnsinn ist, jeden Winter Wahnsinn ist, sozusagen, wo man sich gegenseitig die Viren in die Hälse hinein sinkt, ja, sondern, sondern wir müssen, wir brauchen dann mal eine breite Palette an Zeugen aus Weißrussland und Tansania, die wirklich sagen, hier, nix Kirchenbesuch, sondern ganz normale Bürger, junge Leute, ganz normal, irgendwie das Virus eingeschnappt, gesunde Ernährung und alles und so weiter, und trotzdem an Corona, angeblich zumindest dann gestorben, denn auch dort ist es so, auch in Weißrussland und Tansania, wird es schulmedizinische, kapitalistische Ärzte geben, die voll sind von gewinnbringenden Irrtümern, und die uns dann natürlich immer erzählen, dass das alles Corona-Werk ist, na, jeder Tote, der in Weißrussland, den es in Weißrussland gibt, also immer diese Tendenz, sozusagen, aus der ganz normalen Tagessterblichkeit, in Weißrussland werden ja auch pro Tag wahrscheinlich 400 Leute sterben, pro Tag oder 300, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, die Bevölkerungszahl von Weißrussland nicht, aber die Tendenz wird auch dort von den kapitalistischen Ärzten sein, immer wieder zu sagen, ja, das sind diese Viren und das ist das Coronavirus und so weiter, ja, ja, also das heißt, äh, ich bin ja gern bereit zu glauben, dass irgendwas an dem Coronavirus stärker sein könnte als eine kräftige Grippe, wenn ich dafür nur mal einen Hinweis bekäme, dass eine Zeugin auftaucht, eine einzige berichtet wird in Schweden, die also sozusagen nach einem Kirchenbesuch, also ich glaube, dass ich 2018, wenn ich da ein Zeugen